da wird Minus Null angegriffen wird Minus Null von anderen Mann und Spieler angegriffen wir wollen wirklich bei anderen Spieler angegriffen? Warum? Hä? ja, lest doch im Chat Attacking on the air in PvP ah, ok der schläft hier hä? der schläft da die Spieler äh, komm ne, der lag hier schon lag hier schon lag hier schon? ja also wollen wir weiter gehen nicht töten ja, natürlich, ich konnte gucken er hätte uns nicht gesehen es war dunkel komm, hol dir erstmal das von euch wieder ab ok und das andere kannst du hier irgendwo hinschmeißen ich spiele, hier ich spiele hier, ich spiele oh ja bessere Axt ich habe nur eine Axt hä? keine Axt keine Axt, oder? wir haben nur Axt, ich habe auch eine Axt ich habe auch eine Axt ich habe auch eine Axt? ne, wenn er pennt, dann weiß man nicht, wie er heißt also, wollen wir jetzt weiterlaufen? ich weiß nicht, wann er hier einloggt das weiß ich nicht eigentlich auch nicht na gut, dann lassen wir weiterlaufen das wäre eine schöne Stelle gewesen, aber lassen wir weiterlaufen dann lass einfach auf die andere Seite, oder? ja, gehen wir auf die andere Seite drüber so, was wir mitnehmen tut mir leid, Freunde aber ihr seht ja ihr seht ja ihr seht ja was für Dilemma wir haben hier, ne aber wir haben jetzt zum Glück eine gute Ausrüstung wir haben einen Bogen wir haben eine Axt, eine gute wir sind eigentlich gut ausgerüstet jetzt findet uns nur noch ein Haus, ne? ich habe einen Platz, ne? kannst du das nicht mitnehmen? ich habe keinen Platz gearbeitet ich habe doch noch du kannst die andere Axt rausschmeißen die andere Axt, die du hast, kannst du auch rausschmeißen kannst du das Lager vorher mitnehmen ja, ich kann doch noch Stören rausschmeißen die Kula hab ich schon rausgenommen so, los geht's so, wir sind schon mal Alter, ungelogen, 5 ich werde mit dir 5 5 folgen, werden wir uns ein Location suchen für ein Haus, ne? ja, so wir hatten ja eine super Location aber da musst du vollidiot uns angreifen so, la 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 wünsch ich kann im Real-App auch so weit hoch wie die Per so lange kann man nie die Luft anhalten, wie er jetzt die Luft anhält ich bin gleich drüben und ich bin immer noch weil ich auch immer noch, ne? ja, ich bin auch fast ich bin auch noch bei der Hälfte Luft ja, ich bin schon weniger dafür bin ich drüber so, so, hier sieht euch schick aus, aber ich... lass mal weiterlaufen, hier sieht's nicht hier ist so hügelig, da können wir ja nichts richtig bauen hier dann muss man warte, ich bin da warte, ich bin da warte, ich trink mal kurz was hier geht's eigentlich wieder wie bitte? hier drüben geht's eigentlich wieder wir brauchen eine gerade Fläche nein, macht was für mich, aber er hat auch schon jemand gebaut dann lass weiterlaufen Alter wir sind ganz weit weg vom Sport, ne? und wir finden immer noch keine Location so, freunde der Nacht und und auf dem Berg ja, auf dem Berg immer mal gucken auf eine gute Location Alter, wir hatten wir haben in dieser Aufnahmezeichen Wolf versiegt nicht offen und viele Gebäude gesehen also eigentlich eigentlich sind wir nice unterwegs, ne? also, außer der Aufnahmezeichen wie gesagt ja, der Moment ist das Schwert aber, irgendwas hat gebaut das hat jemand gebaut ich rutsch runter, Hilfe ich rutsch runter, Hilfe ich rutsch runter, Hilfe doch, drunter aber egal, was ist das okay Alter, ich bin tot Alter Alter, ich bin gegen einen Baum gerutscht ich bin tot Junge, Beine geworfen Beine geworfen ich bin tot du musst mir gestorben ich weiß nicht, wie man ich kann nicht am Bett sporen, Alter ich bin tot ja, wo lieg du immer? ja, ich lieg irgendwo ich bin runtergerutscht ich bin tot ich bin tot ich bin tot weiter unten ja, ich lieg unten ja, ich lieg unten, glaub ich, weiter unten ah, Leute, bin ich wieder hier am Anfangspunkt Scheiße ja, ich musste weesport nein, ich hätte dich wiederbeleben können und ich hab doch Medizin oh, was? äh, feinliche Tasse lalalalalala lalalala lalalala ich tanze gerade wie kann man hier aufhören wie kann man hier aufhören wie kann man hier aufhören hallo hallo, äh, wo bist du denn jetzt vielleicht? ich bin gestorben, du ja, ich lieg noch ja, ok, ja, du, äh, man, unsere schönen Sachen ja, was für ein Vollidiot mein Gott Alter, scheiße, scheiße scheiße ey, wir sind grad bei sieben Minuten Aufnahme Was für Behinder ist das für einen Pass, oder? Euro Wollen wir einen neuen Server suchen? Ja, ja Ja gut, können wir mal nicht machen Also ich beende jetzt hier die Aufnahme Ich warte noch bis es 10 Minuten sind Dann lohnt sich die Aufnahme auch hochzuladen Wir suchen uns gleich einen neuen Server und dann sehen wir uns gleich wieder in RAIN OF KINGS Wann das können wir schon mal runter? Nee, ich kann... Das ist langer Fußschmarsch, den ich nicht machen muss bis ich bei dir bin Ja, aber... Ich bin jetzt mal aufbauen Nee, lass uns neuen Server suchen Also ich warte jetzt noch, bis es hier 10 Minuten sind Also ich warte jetzt noch, bis es hier 10 Minuten sind Ja, ich schick dir mal ein Buch Nein! Nein! Du bist tot Fucking Wolf, Bitch! Bist du nicht tot? Nein, alter Schein, Wolf auch Nein, alter Schein, du bist tot Nein, alter Schein, du bist tot Ich bin jetzt noch bei 9 Minuten Ich kann das nicht mehr hören Hier, letzte Aufnahme auf diesem Server hier von mir Ja, wie schlägt noch? Ja, ich weiß, aber wir versuchen eh gleich den neuen Server Wir gucken jetzt hier ins Meer hier rein Gucken hier nochmal rum Sieht da oben eine Mühle Okay, wir sehen uns gleich wieder auf dem neuen Server Aber der Server bleibt mit meinen Favoriten drinnen Ja, bis dann Ich verabschiede mich jetzt hier von der Trauminsel Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder Bis gleich, tja Also wir versuchen das zu viel Ich werde dich das auf dem anderen Ich werde mich auf dem anderen Ich werde mich auf dem anderen